Ich das Leben der Menschen ein Stück weit verbessern möchte. Dazu gehören für mich gute Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dazu gehören aber auch gute Bedingungen für Unternehmen, damit sie gute Löhne ermöglichen können. Um diese Politik praxisnah zu gestalten, halte ich den Kontakt zum Handwerk vor Ort. Ansprechpartnerin bleiben, für welche Probleme auch immer. Als Mittelstandsbeauftragte konnte ich vielen Unternehmen der Krise helfen. Dadurch haben wir Unternehmen, aber auch Arbeitsplätze erhalten. Ich bin aber auch Ihre Ansprechpartnerin beim Thema Innovation, Fachkräftesicherung und Bürokratieabbau. Für die SPD berufliche und akademische Bildung gleichwertig ist. Deshalb fördern wir berufliche Aus- und Weiterbildung. Wir wollen die Qualität im Handwerk erhalten und helfen zukunftssicher zu gestalten auf den Gebieten Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Absch나pp Laura Dieser Der